Gemeinsam haben wir es geschafft. Dank der Unterstützung so vieler Menschen konnten wir in diesem Jahr das Hospizlebensweg eröffnen. Hier finden Menschen einen würdevollen Ort für ihre letzte Reise. Damit wir auch weiterhin für unsere Gäste da sein können, benötigen wir ihre Hilfe. Dabei sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Website oder kommen Sie persönlich bei uns vorbei. Ihr Hospizlebensweg Untertitelung des ZDF für funk, 2017